Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Nerdboats. Wir sind wieder hier in den Katakomben, Maru und ich. Hallo. Kurz vor Andariel und wir werden sie jetzt zu Staub malen. Es hat lang genug gedauert und jetzt sind wir hier und ich würde sagen, los geht's. Rein in die Bredouille. So sieht's aus. Das wird auf jeden Fall ein hartes Brot. Schön alles skillen. Jawoll. Du kannst da durchlaufen, der Rest nicht. Alles klar, dann machen wir die Tür auf. Da sind auch schon einige Gegner. Und schon kommen sie nicht mehr durch. Relativ praktisch. Wann schon, wir müssen sterben. Überhaupt noch wären, ey. So, wir müssen Andariel gleich am besten hier rüber locken, dass wir die ganzen Leichen hier haben. Dann kann ich nämlich einmal mit der Kadaver-Explosion dieser Dame richtig schön viel Schaden anrichten. Die läuft uns auf jeden Fall gut hinterher. Die ist egal, ich würde sie noch gleich da. Nein, nein. Erst wenn wir die große Tür aufmachen. So, warte, ich muss mich erst mal auffüllen. Wer da ist es? Okay. So, warte, ich muss mich erst mal auffüllen. Und tot, ne? Die ist nicht und tot, nein. Ne, nämlich Atom. Und Aura reinmachen auf jeden Fall. Am besten hier deine, du machst mehr Schaden-Aura. Massiv schön drin. Warte mal, ich muss dich dann noch killen. Okay. Okay. Wir können loslegen. Moment, ich muss noch versteckte Schaden. Alles klar. Die machen wir zuerst. Und nicht so weit hochlaufen, sonst kommt sie uns entgegen. Und jetzt müssen wir... Und da kommt sie. Da ist unsere Freunde. Oh, sexy. Oh, die geht aber gut runter. Oh. Ja. Verrückt oder was? Ja, ist klar. Genau. Ja, witzig. Da ist mal schnell ein Portal auf. Radius, ey. Großen. Guten Abend. Kann nur so behindert sein, ey. Ja, das war schlau, Alter. Komm her, komm, 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 komm. Sitze wieder drin? Ich kann nicht noch mehr tragen. Hast du deine Aura überhaupt an? Ja, siehst du doch. Okay, ich tanke sie so. Also ich... Ja, das ist gut. Dann kann ich sie jetzt immer über die Leichen laufen lassen. Wenn ich sehe. Dann musst du jetzt gleich rüberlaufen. Und... Dann musst du getroffen. Hier liegt noch eine Leiche. Hier liegen noch zwei sogar. Drei. Was das Geile ist, dass ich echt nur die hinterherläufe, ne? Ja. Auch Mana. Scheiße. Auch ein Heiltrank. Kann dir Mana geben. Ich brauche unbedingt Teiltrank, ey. Boah, Alter. Überzeug war nicht die Lage, ey. Am besten machst du hier vorne auch nochmal ein Portal auf, ne? Falls du stirbst oder ich sterbe. Dass immer einer gleich ein Portal hat. Dann sind wir gleich rein. Wir müssen gleich wieder raus aus dem Gang, sonst ist sie immer hier. Muss gucken, ob da vorne irgendwo noch Mana liegt. Ihr Arsch, was nice. Boah, scheiße, sind noch andere Gegner. Mana Trank. Jawohl. Ich brauche unbedingt Teiltrank, ey. Aber ich kann auch nicht mehr mitdienen. Oh, jetzt hast du den ganzen Pult mitgebracht, ey. Und ich bin gleich down. Und... Oh, ich habe null in der Leiste. Null. Und lebe noch. Und habe keine Ausdauer mehr. Also wenn sie... Oh! Mach was! Mach doch was! Ja, nicht nur noch Mana. Ich laufe mir einfach nur noch im Kreis. Sie ist so... Komm! Nein! Egal, komm schnell wieder. Ich habe sie platt gemacht, alles klar. Ich habe getroffen. Jawohl, ja. Ist alles eingesteckt. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja. Sehr, sehr gut. Meine Arbeit hier ist getan. Und raus, ne? Hallo. Bitte? Das war's. Das war's. Das war der erste Akt. Das ist wirklich... Deswegen haben wir es geschafft. Das ist ein bisschen früher Schluss heute. Wollten wir den ersten Akt beenden. Im Endeffekt, äh... Ja, jetzt quatschen wir halt Variv an. Können von hier aus direkt in den nächsten Akt springen, der uns dann nach, ähm, Lutgolain führt. In die nette, süße Wüstenstadt. Da freue ich mich drauf. Äh, definitiv. Das ist ungefähr... ...doppelt so schwer, weil da einfach viel Gift und viel Blitz rumläuft. Kaum was anderes. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, Diablo 2. Let's play together for the Nerd Bros. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.